Musik 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 Unser Force Monitoring System, FMS Pad, haben wir entweder in der Karte, um eine Problemstellung, die wir identifiziert konnten, bei Karussell-Drehmaschinen für die Großteilbearbeitung zu schließen. Und zwar ging es darum, den Zustand der Aufspannung im Betrieb zu überwachen. Der MM-Award hat einen sehr hohen Stellenwert für uns. Das zeigt, dass unsere Arbeit, die wir leisten, täglich im Betrieb sehr wertgeschätzt wird.